So, würde mir jetzt einer mal folgen. Auf zum nächsten Gebiet, das ist nämlich schon eingenommen. Na, die Steinblumen und sowas können wir uns alles nebenher holen. Da war mal ganz kurz der Ton weg. Gott sei Dank, endlich kommen sie mal mit. Kommt auf meinen schönen Bauernhof. Er ist geräumt. Keine Gegner, nur Leichen. So, ich hoffe, die kommen jetzt auch. Ziel Maschinenpark. Ich hoffe, wir sind im Maschinenpark. Wir stehen zumindest Maschinen. Können wir so lange mal das Inventar durchforsten. Zustand der Panzerung, das ist nicht gut. So, der ist gleich da. Das ist unsere Verstärkung. Und dann können wir endlich weiter. Hallo. Ich hoffe, ihr seid die Verstärkung. Ich hoffe, ihr seid die Verstärkung. Ich hoffe, ihr seid die Verstärkung. Und was willst du? Das weiß ich noch nicht. Ach, guck mal hier. 5,9. Das ist ein bisschen zu viel. Was gibt's, Stalker? Nichts. Wir haben das Ding hier jetzt eingenommen, hoffe ich mal. Oder auf was warten wir? Was brauchst du, Sto? Und? Also den Punkt, bis Hilfe kommt. Es kommt aber keine Hilfe. Oder ist irgendjemand auf dem Weg? Der vielleicht, ja. Aber bis der da ist, das dauert noch ewig. Naja, müssen wir mal abatmen. Vielleicht bringt's uns ja weiter. Können die mir mal beim Laufen zugucken. Ja, da brauchen wir jetzt noch ein paar Sachen. Das liegt hier und das liegt hier. Ja, das kriegen wir vielleicht noch auf dem Rückweg hin. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis der lahmarsch hier mal bei uns ist. Die ganzen Kisten müssen wir auch irgendwann mal abklappern. Also langsam aber sicher kommt da. Kann ich das hier nicht montieren. Sieht nicht so aus. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. So, wann kommt denn unser grüner Hüpfer? Ah, da hinten kommt er. Haben wir jetzt genug Verstärkung hier, hoffe ich. Dass wir die Mission abschließen können. Ich müsste nämlich dringend mal zum Händler ein bisschen was verkaufen. Könntet ihr jetzt bitte mal alle hierher kommen? Das Ding wartet die ganze Zeit bloß auf die Einnahme von euch. Das ist alles schon eingenommen. Ach, die laufen woanders hin. Was wollt ihr denn einnehmen? Hier ist fertig. Was gibt's, Stalker? Also weiter in die Richtung. Ganz ehrlich, nö. Wie sagt er mich das eingenommen? Das ist das Hauptziel hier. Jetzt lassen wir das jetzt hier mal einnehmen. Die schießen da hinten schon munter. Medikid nehm ich immer mit. So, ein bisschen Brot kann man immer mitnehmen. Der hat ja noch Futter. So, ganz ehrlich, ich geh jetzt mal zurück. Weil die Hauptmission ist eigentlich hier. Was hat denn er hier jetzt? Einnehmen und halten. Naja, komm. Machen wir mal kurz. Es dürfte ja bloß eine Welle sein, hoffe ich. Bleibt da, wo ihr seid. Wo verstehe ich? Bleibt da, wo ihr seid. Also was kann ich... Also was kann ich... Okay, das müsste ja jetzt erledigt sein. Okay, das müsste ja jetzt erledigt sein. So, was geht jetzt hier? Wahrscheinlich, wie immer gar nichts. Oh, die kommen auch wieder zurück. Ich bin ganz... Ich bin ganz... Zwei von drei. Müsse ich das jetzt wirklich holen. Okay, meine Wege. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Holen wir das eben noch und gehen es eben ab. Vielleicht können wir ja dann das Ganze hier beenden. Mhm. Okay. . ja Ja, wir sollten die Energy vielleicht nicht so ganz verballern, wenn wir wirklich vollgeladen sind. Muss ja auch nicht sein. Jetzt bauen wir diese komische Steinblume. Machen wir erstmal wieder den hier. Haben wir jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. Was nehmen wir uns auf für später? Jetzt trinken wir lieber ein Schlückchen Düsseldorf. Wir befinden sich jetzt unter unserer Kontrolle. Gute Arbeit Männer. Ihr habt es geschafft. An alle Trupps. Geht in den wichtigen Positionen in Stellung. Und wartet auf weitere Anweisungen. Ich muss jetzt erstmal wieder zurückkommen zu euch. Was macht denn die Steinblume überhaupt? Okay, nichts Wichtiges. Die blauen waren glaube ich wichtiger. Die waren für die Ausdauer. Aber die müssen wir auch erstmal wieder finden. Ich hoffe jetzt ist er zufrieden und wir können das hier abschließen. Du hast umаров posit за문 godt, da seid ihr. Da sind wir gleich mal geschossen. Also um das mein Leben im Leben FIRST gig mit. обыч in der therapeutilhãer tomar Uncup obras zuakat Leit dran kommt.